Perfekt, vielen Dank. Im rosa Becher. Coffee to go, das ist jetzt vom Café Engel, aber es gibt ganz, ganz viele Cafés hier in der Stadt, die mitmachen. Das sind Pfandbecher. Die kann ich abgeben, auch in der Bäckerei, in anderen Cafés. Kostet dann einen Euro, aber den Euro kriege ich zurück und es wird gespült und wiederverwendet. Tipp von euch über unsere Facebook-Seite. Ein plastikfreies Deo, das ist in der Pappverpackung und das probiere ich jetzt mal aus. Es hat seinen stolzen Preis. Aber damit es im Studio nicht mehr stinkt, mache ich das natürlich gerne. Ja, jetzt habe ich Deo gekauft und ich mache das jetzt mal für das Experiment. Ich glaube aber, dass mir 8 Euro für ein Deo generell eher zu teuer wäre. Also gut, das wird wahrscheinlich eine Weile halten. Das ist so ein Bio-Stick, den man hier so rausdrehen kann, aber es hat seinen Preis und das Geld muss man ausgeben wollen und man muss es auch haben.